Wie habe ich Kai damals kennengelernt? Das war durch einen Jobwechsel von mir. Dann wurde es lustig. Fünf Meter bis hoch? Fünf Meter bis fast an der Oberfläche hoch. Das ist kein Kraut. Das ist ein ganz kleiner. Das ist nicht so gut. Hier sind die Karpfen. Hier müssen die sein und so. 95 Prozent hat damit diese Sachen halt immer recht, ne? Es ist überall so minimal kleine Dreikantmuscheln drin, aber kein anderes Leben. Drei Nächte werden Premium. Gerade an so großen Gewässern kannst du am Ende nur, klar aus dem Bauch raus, richtig oder falsch, gibt es halt nicht. Man angelt erst mal auf einen Fisch, ne? Oder versucht einen Fisch zu fangen in einem See, der recht groß ist. Du musst halt dahin, wo die Fische sind. Dieses Tun, um erfolgreich zu sein, konnte ich auf jeden Fall mir damals schon von ihm abgucken. Diese Watercraft kann man sich aneignen. Hundert Prozent. Man muss immer noch diese Naturinstinkten selber in einen Raum geben, sich so entfalten. Man muss es halt selber wollen. Aber wir anfangen das an, aber es ist bei uns bei uns. Man muss hier noch ein Buch